Als echter Hingucker vereint die Smartbox 3000.00A Funktion und Design. 15 der gängigsten Bits in Torx, Innensechskant, Philips und Potsy Drive und der dazu passenden Schnellwechseladapter mit Magnet sind in der praktischen und handlichen Smartbox, die in jede Hosentasche passt. Durch einfaches Wischen nach links oder rechts, ähnlich wie bei einem Smartphone, öffnet man die Smartbox und gelangt an die gewünschten Bits. Das automatische Anheben der Bits erleichtert die Entnahme und das Wiedereinstecken. Die Farbcodierung hilft, den richtigen Bit zu finden. Durch etwas Druck lässt sich das Fach zum Adapter leicht mit dem Daumen öffnen. Die Bits und der Adapter lassen sich nun entsprechend auf Werkzeugen nutzen. Wie zum Beispiel mit dem magnetischen Bit-Adapter 7060.00 und dem umschaltbaren Maul-Ringratschenschlüssel 1710.08. Die Carolo Smartbox, ein pfiffiges und praktisches Tool für jeden Hand- und Heimwerker. Nur für kurze Zeit bei deinem Fachhändler. Untertitelung des ZDF, 2020